hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge transport fieber guckt mal der zug ist schon gut beladen es funktioniert mit dem baumaterial und es sieht cool aus große rohre kleine rohre steine alles was das bauherz begehrt ist nun hier in dieser stadt ja was habe ich gemacht ich habe noch ein paar lkw gekauft die hatten wir vergessen in der letzten folge sind nur fünf stück die ganz normalen man habe ich gekauft die sollten reichen denn wir fahren ja wirklich nur unter die brücke bis hierher zu unserem abladeplatz und fünf stück an der zahl habe ich erst mal gekauft müssen wir gucken ob wir noch mehr brauchen irgendwann wahrscheinlich denn die stadt wächst und gedeiht ja wenn wir schon mal von wächst und gedeiht reden wir sehen unsere bushaltestellen die bisher hier waren grenzen überhaupt nicht dieses gebiet ab ab ergo werden wieder jetzt neue bushaltestellen hinbauen da würde ich einfach sagen wir bauen einfach mal bushaltestellen und schauen mal und zwar öpnv leindorf heißt er die leingarten ich wollte meinem dorf so sieht die strecke aus da fahren wir lang also bedeutet wir werden jetzt hier raus fahren und weiter hier lang fahren und halten das nächste mal hier hier dann fahren wir nach hier wollen wir jetzt hier runter fahren oder da lang ich glaube wir lassen das sein gut da haben wir zwei neue haltestellen und jetzt müssen wir gucken und jetzt müssen wir gucken das kann weg wir fahren hier raus nach der nummer zwei also hier sollten wir hier hin fahren genau dann fährt er jetzt hier lang zack zack und hier lang und dann erst zum grünen weg und dann fährt er da runter gut hier ist ja noch nicht wirklich was das können wir später abgrasen wenn es denn soweit ist aber soweit haben wir das jetzt verlängert brauchen natürlich auch noch ein paar neue autos das erste ist die autos sind schon relativ alt relativ langsam und relativ klein was die kapazität angeht obwohl ich sie schön finde aber es bringt ja nichts wir sehen an der haltestelle warten 28 leute an der haltestelle warten 23 leute an der haltestelle warten auch 23 leute es wird ja nicht weniger an leuten hier warten auch nochmal 20 bedeutet wir werden die autos jetzt ersetzen und zwar hier und zwar über fahrzeug ersatz und nehmen jetzt einfach mal etwas größeres den hatten wir gehabt 50 km h und 13 leute bei 21.000 betriebskosten wir nehmen jetzt gleich mal etwas größeres 15 13 25 18 21 21 guck mal nehmen wir die 21 leute passend rein 80 km h und 56.000 betriebskosten wir nehmen den mercedes citaro den wir 2006 erhalten haben also auch schon wieder sechs jahre her den nehmen wir als ersatz jawohl und jetzt müssten die hier ersetzt werden aber zwei vier sechs stück dann kaufen wir noch welche dazu und zwar wenn wir sechs stück haben kaufen wir noch mal vier stück dazu da haben wir sie eins zwei drei vier linie zuweisen und das wäre öPNV line garten jetzt haben wir auf jeden fall meiner meinung nach genug die müssen sich natürlich jetzt erstmal wieder ein pendeln auch klar müssen daran denken wenn die alle ersetzt worden sind dass wir den pfeil wieder raus machen denn bei 25 prozent brauchen wir sie nicht immer wechseln so sieht das aus die idee kurz noch warten wir können sie auch gerne so einen neuen bus mal angucken hier da guck mal da steht schon die ganze armada ja licht ist leider nicht an bei dem ok aber ist nicht so schlimm auf jeden fall was moderneres und auf jeden fall schnelleres ja hat was sieht ganz gut aus so der fährt schon mal da lang das ist schön teilen sie sich ein bisschen auf ja also line garten sollte eigentlich auch guck mal wie sie jetzt wieder hier bauen schon kommen moderne und schnellere und mehr busse und schon geht es hier ab wie schmitz katze ja was habe ich noch gemacht ich habe hier noch einen kleinen weg hin gemacht dass sie eventuell hier noch bauen und hier noch bauen dass es am bahnhof ein bisschen voller wird was häuser angeht mal schauen bevor da einfach nur brachland ist habe ich mir gedacht komm die straße hauen wir da noch hin und gucken mal ach guck mal hier sind die dings weggegangen hier waren noch zwei kleine häuschen die sind da jetzt abgehauen warum auch immer die werden wahrscheinlich jetzt hier reingezogen sein naja gut ok das scheint erstmal zu funktionieren wir gucken jup wurde alles erledigt 100 prozent und fahrzeuge automatisch ersetzen erstmal nein erstmal nein gut scharnsdorf kargau die macht mir ein bisschen sorgen uuuuuh was heißt sorgen mittlerweile schon 50 leute drinnen wir werden jetzt mal so ein bisschen gucken ob wir was optimieren können um mehr geld einzunehmen korgau hier ist noch nicht so viel action aber gut warum soll hier auch action sein hier ist ja noch nichts ne hier ist halt noch nichts aber kommt keine sorge kommt so wie sieht es in unserem schönen alter verwalter stansdorf was ist denn hier los in unserem stansdorfer bahnhof richtig action was haben wir denn stansdorf mühlheim 140 leute warten hier nach stansdorf mühlheim nach stansdorf mühlheim nein aber der wird auch oh 51 leute das wird das wird das wird stansdorf mühlheim müssen wir uns mal anschauen müssen wir da noch einen zug rauf hauen sieht fast danach aus ne da freue ich mich ja stansdorf mühlheim stansdorf mühlheim da da ist die grüne linie und wir haben nur ein zug hier drauf ach die ist ja auch noch einspurig ach du meine güte da müssen wir ja handeln aber sowas von müssen wir da handeln Gott müssen wir dort handeln Oberleitung nein normale gleise ja ach du meine güte wer hat denn das verschwitzt den möchte ich gerne mal kennenlernen so hier machen wir eine unmögliche Laola Welle so eieiei eine einspurige linie wie peinlich so hier müssen wir vorher rein wenn es geht dann haben wir nochmal ein bisschen abknappern hab ich das jetzt wir wollen ja hier vernünftig rein ja 68 77 kmh ist in Ordnung meine Güte äh Signal haben wir hier unten ein Einfahrtssignal haben wir haben wir machen wir hier noch irgendwelche schönen Blocksignale hin irgendwas was wir noch nicht haben damit es schön aussieht haben wir haben wir kriegen wir auch noch eins hin haben wir auch so hat er das jetzt angenommen ja zweispurig hat es gemacht Dual Stock und eine schöne neue Tram die DT812 in 80 Metern und 40 in 80 Metern 80 Meter Tram wow riesen 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 so habe ich echt hier die Linie noch vergessen naja gut passiert ne wir müssen sowas von aber sowas von und am besten wir pausieren kurz was haben wir denn da drauf wir haben ist die VT gewesen ich glaube ja ne 15 Jahre alt 120 kmh ok so Depot Zug Kaufen Diesel diese hier ist es ne die VT dann würde ich sagen die 624 nehmen wir auch wieder eine 624 aber in hm rot 62 Passagiere wieviel hat er 78 ne dann ist die doof ah 84 dann nehmen wir die dann nehmen wir die kaufen Linie zuweisen Starnsdorf-Mülheim und ab dafür so dann gib mal Gas dass du vorher noch in den Bahnhof kommst sehr gut haben wir noch irgendwo eine Linie nur einspurig oder eingleisig hier nicht da nicht da nicht hier war echt die letzte wahrscheinlich oder ah hinten in Spröttau wahrscheinlich auch noch ne das war ja unsere einer der ersten Linien selbst die hat zwei es war echt die letzte Linie mit einer mit einem Zug und einem Gleis die ist dann auch irgendwann mal fällig die ist halt langsam aber die ist halt schön die ist halt echt schön aber gut die fährt 65 kmh ne wird irgendwann auch nicht mehr ausreichen uiuiuiui guck mal wie viel Baumaterial jetzt hier ist 58 Stück noch das läuft Leingarten Spröttau 57 Leute gut da kommt gleich der Zug sehr schön Mülheim hier Starnsdorf der Zug ist gerade hier drin ah guck mal so langsam fühlt sich der Bahnhof wie ich das gerne habe guck mal da fahren zwei gleichzeitig raus wenn jetzt hier noch der ICE drin ist auf dem Gleis ha viele Regionalzüge drin hier die ganzen Rb's hier ein paar ja hinter Regius sage ich mal bisschen was moderneres auf den beiden die hier in der Mitte ICE na das wird dann würde ich auch sagen wir behalten die die Züge hier die lassen wir dann auch drauf vielleicht machen sie noch länger oder so dann noch mehrere rauf aber das sollte schon sein dass wir hier echt Regionalbahn haben hier Inter regional sozusagen und hier den ICE ach das wird herrlich das wird herrlich das wird herrlich das wird herrlich das kann ich euch versprechen so wie viel hast du denn 94 kann man dich unterstützen auf deiner Linie mein Freund wer bist du denn Stahnsdorf Frielsdorf Stahnsdorf Frielsdorf 4 Minuten 2,79 Millionen Euronen und hat auch nur einen Zug da könnten wir auch auf jeden Fall noch einen dazu machen wenn ach guck mal wie viele Leute hier stehen 77 ok ist jetzt noch nicht so der Hit Stahnsdorf Frielsdorf wie viel sind jetzt hier Stahnsdorf 1 und 3 ne brauchen wir noch nicht aber nicht aus den Augen verlieren hier passiert auch auf jeden Fall noch was super ok haben wir irgendwo noch jemand ohne Fahrschein wie sieht es denn aus hier in unserem Schweriner Bahnhof guck mal die Tram füllt sich langsam auch wie viele Leute sind hier drin 18 von 30 16 von 30 ja es wird es wird es wird hier stehen 21 gut das wird noch nicht ganz aber ok wie sieht es aus mit Futter 104 von 119 läuft auch im Moment ja zu Beginn muss man halt echt immer die Sachen nicht außer Augen lassen wie die Entwicklung ist der macht auch kein Plus das sind die alten na gut wie geht es Chorgau Chorgau entwickelt sich auch Stück für Stück Mühlheim 103 nach Stahnsdorf Mühlheim da waren wir gerade dranne ok 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 dann ist die Frage wo können wir unterstützend wirken was haben wir denn hier wir haben hier Brot hier fehlt jede Menge Brot und hier haben wir jede Menge Zeug und noch die ganz alten LKWs die zwar noch nicht tot umfallen vom Alter her haben wir auch nur 8 Getreide mitnehmen können hier können wir also noch richtig viel Geld verdienen wenn wir andere Fahrzeuge hier machen und die Frage ist wollen wir also hier würde ich doch gerne LKWs lassen aber modernere aber von hier könnte man ja mit einem Zug nach Leingarten rein gehen würde ich mal so behaupten damit wir mehr Brot hier abkriegen und dann wäre es doch richtig cool wenn wir hier einen Bahnhof reinbauen oder? dann haben wir zwar zwei Güterbahnhöfe aber, oh, da ist ein schönes Haus entstanden oh, guck mal, jetzt bauen sie hier oh, schön schön mhm 112 Millionen auf dem Konto jetzt können wir so langsam so bauen wie wir wollen also 112 ist jetzt nicht dickste Polster aber definitiv ist es ein Polster Lebensmittel müssen in den blauen Bereich wo ist denn hier der blaue Bereich? lasst uns doch mal gucken hier mitten in der City haben wir hier schon irgendwo so einen LKW Punkt ja, hier da das bedeutet, wenn wir hier den Bahnhof hin machen wir pausieren einmal kurz wir reißen hier mal die Straßen weg und setzen mal einen Güterbahnhof einen Kopf-Güterbahnhof mit ja habt ihr mal Angst zu klein zu bauen und später am Puppets zu sein Straße Bahnhof wir kommen leider nicht an den blauen Bereich ran nur hier an den grünen Bereich also wir müssen echt hier wieder mit LKWs arbeiten auch wenn wir hier den Bahnhof hinstellen aber ich finde den Bahnhof hier cool wenn ich ehrlich bin ich würde sagen das machen wir so das machen wir so ist jetzt beschlossene Sache das machen wir so und zwar machen wir das so dass wir hier noch einen LKW Ladeplatz hinstellen hoffentlich hinstellen können in der Hoffnung dass er da hinpasst wie wie gemalt das ist wie gemalt aber wie viele Dings hat er denn 1,2, den hatten wir schon ok na komm jawohl perfekt nahezu perfekt ok ok jetzt müssen wir mit dem Bahnhof hier wird es wahrscheinlich sehr wasch eigentlich können wir die LKWs ja komplett weglassen und der Zug nimmt einfach das Vieh und den Weizen mit und fährt dann hier weiter hin bringt es weg und holt Brot dann können wir die ganzen LKWs hier in die Tonne kloppen was halten wir denn davon? ich halte davon eine Menge ich halte davon echt eine Menge das bedeutet wir brauchen hier auch noch einen Bahnhof hm Bahnhof jetzt ist echt die Frage hier brauchen wir nur zwei Gleise ob wir diesen Bahnhof bekommen wenn wir die Straße hier haben weil die Straße ist halt doch schon etwas drei Felder müssen entfernt werden das ist natürlich ey wir müssen jetzt echt hier reinbeißen oh hoffentlich ist der Bauer nicht zu sehr sauer wenn wir ihm seine ganzen Felder hier klauen aber es bleibt nichts anderes übrig in der Hoffnung dass wir die Straße hier hinbekommen also hinbekommen in dem Sinne dass er die anerkennt komm wir probieren es wenn nicht können wir das unter wir sind am Arsch verbuchen so jetzt bitte 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 jawoll er nimmt es an wir sind noch in der Nähe puh man muss ja auch mal Glück haben ne können wir das weiter laufen lassen und wir bauen erstmal hier alles schön aus ähm 120 reicht Oberleitung ja ist auch schon eine Idee für einen Zug der ist glaube ich im letzten Jahr neu gekommen gibt es hier noch andere Industrien ja komm wir nehmen dieses Gleis hier tack einmal drehen wir sind in diesem Gleis und jetzt müssen wir irgendwie hier uns durchbohren naja das wird halt teuer aber war klar können wir irgendwas noch verändern was besser wäre ein Feld wird entfernt na gut damit müssen wir leben das wird dieses hier sein dann ist die Frage wie wollen wir in den Bahnhof rein ich hätte ja fast die Idee dass wir den Bahnhof so schräg stellen wir kommen so rein Frage ist bringen wir das hin ich würde ja sagen kommen wir hier raus mit 120 und gehen so schräg in den Bahnhof rein jup so machen wir das Bahnhof ähm genau so und wenn wir denn nach Frelstorf vielleicht nochmal wollen mit Brot irgendwann mit Elk äh mit mit einem Zug können wir diese Linie auch noch benutzen jup ich würde sagen das machen wir bauen wir das Jute Stück hier hin müssen wir natürlich jetzt hier eine echt enge Kurve nehmen aber das ist ja nicht so das Problem wir bremsen dann halt runter ist halt so einzige ist hier können wir noch µ abtrennen aber bringt uns das wirklich plus punkte gut das hat er angenommen das ist schön und wir nehmen jetzt dieses Gleis hier wer weiß was noch kommt ja 109 kmh 120 hier bremst er eh runter läuft läuft ok ah jetzt habe ich eine Sache nicht beachtet 240 Meter und den habe ich nur in 160 Meter gekauft so 40 oh Glück gehabt und der hier in der Stadt hat auch 42 puh da haben wir nochmal Schweinchen gehabt so wo bauen wir jetzt hier ich würde sagen wir bauen erstmal hier ein ganz simples Depot hin können wir ja später wieder ändern und zwar wollen wir hier mal so einen Prellbock einen jelben Prellbock oder einen modernen Prellbock komm wir nehmen mal einen modernen Prellbock auf welches gleich müssen wir aufs linke ne ja zack wie sieht es aus ja ist halt ein Prellbock ne ok da nehmen wir jetzt einen schönen Zug der auch Power hat und zwar Elektro haben wir gesagt ich glaube der war relativ weit unten den hier Deutsche Bahn BR 143 RBH Logistik 3,7 kW oder 3700 kW ist besser nicht 3,7 es wäre ein bisschen schwach auf der Brust den nehmen wir die Frage ist nehmen wir den in Doppeltraktion oder reicht es wir nehmen erstmal ein dann schauen wir mal jetzt müssen wir dran denken wir brauchen Vieh wir brauchen Weizen und wir brauchen Lebensmittel Vieh und Weizen Vieh, Weizen, Lebensmittel Vieh, Weizen, Lebensmittel hier haben wir Lebensmittel 17 Lebensmittel hier haben wir auch Lebensmittel 12 Stück haben wir irgendwas hübsches guck mal hier haben wir schon mal Getreide und Schlacke Getreide ist schon mal gut 16 Getreide und hässlich sind sie auch nicht hier kommt ein Rohöl und sowas rein Holer Eisenerz, Stein, Getreide hier kann Getreide sogar rein Holer Eisenerz hier kann auch Getreide 13 ok würde ich sagen wir nehmen Getreide einmal dann haben wir hier Getreide zweimal so Getreide, Getreide, Getreide Getreide, Getreide Lebensmittel die nehmen wir für Lebensmittel dann haben wir 20 Stück Lebensmittel 1 2 da macht's Hupup vielleicht gibt's ja noch einen schönen 111 als Systemtechnik sehr schön und die 243 im Transport Fever haben wir den jetzt gekauft wo ist er denn? da haben wir Lebensmittel und Lebensmittel und den nehmen wir auch noch in Lebensmittel und nehmen den erstmal runter so, jetzt geht's weiter mit Getreide hier geht auch Getreide und da haben wir drinne 16 und hier sind sogar 20 drinne dann nehmen wir die mal Getreide 20 Getreide 20 zack zack 75 Getreide hier haben wir auch nochmal Getreide und hier haben wir auch nochmal Getreide so, wie viel haben wir jetzt? 101 Getreide mhm ok ich sag mal das reicht erstmal Eisenerdschlacke jetzt brauchen wir Vieh Wölf Vieh hier können wir Vieh nehmen 15 Vieh 14 Vieh 17 Vieh das hört sich doch schonmal gar nicht so schlecht an einmal Vieh und hier haben wir auch noch Vieh 17 mal 2 mal Bretter, Stahl, Baumstämme Baumstämme hier haben wir 12 Vieh Werkzeuge waren nee Stahl haben wir hier Stahl und damit war's das ok ist mein Vieh jetzt nicht so das große aber ok hier haben wir nochmal 12 und 17 Vieh 15 Vieh 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 und nochmal Vieh Gott, wir haben noch ein paar Meter wir haben noch ein paar Meter haben wir noch vor uns komm, dann nehmen wir nochmal den aus Holz hier Vieh und Vieh und den hier noch als Vieh so, was haben wir jetzt? 107 ok das ist gut 1, 2, 3 da sind wir schon drüber da sind wir schon drüber das riecht nach 2 Zügen das riecht nach 2 Zügen also müssen wir hier erstmal runter gehen hier nehmen wir auch einen runter jetzt sind wir genau auf die 240 Meter können wir erstmal nur so fahren lassen und dann bauen wir vielleicht nochmal einen zweiten Zug wenn das nicht reicht mit dem was wir jetzt da haben wir haben jetzt natürlich viel mehr Getreide müssen wir schauen wir können ja komm wir kaufen noch einmal Lebensmittel Lebensmittel Lebens, ach ist das alles spannend wo waren denn hier jetzt Lebensmittel 17 Lebensmittel aber wir hatten oben die Dinger mit 20 Lebensmittel dann nehmen wir nochmal hier ein Cargo, Lebensmittel zack dafür nehmen wir Getreide weg einen Getreide und zwar den hier und dafür den hoch so jetzt haben wir 70, 70, 70 ungefähr 70, 80 ok bin ich zufrieden damit und wir gehen jetzt hier hin haben wir noch gar keine Route das ist natürlich blöd das machen wir auch noch dann haben wir auch schon wieder hier jede Menge gelabert also ich ich laber immer so was haben wir hier wie nennen wir das denn Getreide Vieh 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 Getreide Vieh Lebens und das geht nach man weiß es doch nicht war das Leingarten? Mühlheim? Mühlheim war das glaube ich egal wir fahren von hier ne Leingarten war das von hier fahren wir nach dort nach hier und dann fahren wir zurück in die City so machen wir das genau und das Dörfchen heißt Leingarten Leingarten ne ne Getreide Vieh Leb Leingarten toller Name ne ob man das irgendwann wieder findet ich weiß es nicht so jetzt aber Zug 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 Zuweisen Getreide Vieh Lebensmittel Leingarten so das ist ein bunt gemischter Zug sehr interessant mal gucken ob er es packt mit seine 3700 kW oder was das waren oder ob er auf dem Weg einfach nur Umfeld dicke Backen macht und sagt nö mit mir nicht aber sie sind schon schöne Anhänger oder schöne Waggons hat was ja da kommen die letzten beiden Cargo und dann ist der Zug mega lang mega lang mega lang gut wir müssen jetzt gucken wie gut das mit dem Zug klappt ich werde jetzt noch die ganzen LKWs hier platt machen und würde sagen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder wenn diese Linie angelaufen ist und wir uns vielleicht eventuell erfreuen können ob das funktioniert was ich mir hier ausgedacht habe also bis zum nächsten Mal ich danke euch macht's gut Ciao Ciao